Die Gau-Liga Westfalen 1937-38 war die fünfte Spielzeit der Gau-Liga Westfalen im Fußball. Die Meisterschaft sicherte sich der FC Schalke 04 mit 8 Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund. Die Königsblauen blieben in der dritten Spielzeit in Folge ohne Niederlage. Schalke qualifizierte sich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft, wo sie im Final-Wiederholungsspiel gegen Hannover 96 Unterlagen und Vizemeister wurden. Die Abstiegsränge belegten S.U.S. Hüsten 09 und der S.V. Rothausen. Aus den Bezirksliegen stiegen Preußen Münster und Arminia Bielefeld auf. Am 15. April 1938 mussten sich die Bochumer Vereine Germania, T.U.S. 08 und TV 1848 zum VfL Bochum zusammenschließen. Abschlusstabelle Aufstiegsrunde Gruppe I Gruppe 2 siehe auch Deutsche Fußballmeisterschaft 1937-38 still bei der flüchten für die , Vielen Dank.